valera die rückeroberung von enver die eroberung von enver nicht die rückeroberung also von der kaiserlichen hauptstadt elf ringer dürfte nicht mehr viel sein von den unterstützungsgesprächen die ich noch haben möchte brauche habe ich auch nicht mehr so viel lena hat sich schon dorothea dorothea und lorenz und manuela noch und leonie und sessef und hilda allerdings noch zweimal aloes und leonie ansonsten war es das genau die habe ich noch das ist aber die einzige möglichkeit wo du ihn spielen kannst bei den blue lines deswegen habe ich den mitgenommen weil der schließt sich ja den anderen nicht an auch wenn du die kirchenroute machst ne da denke ich mir so ja komm ich kann den sowieso danach nicht mehr spielen deswegen nehmen wir den einfach mal mit felsenkette kann im pflanze lavendel vergiss jetzt meine ich feilchenrose ein paar blumensamen und da ist tatsächlich jemand wahnsinn wohnheim ersten stock bis jemand und ich hätte so gerne marianne mit genommen ärgert mich dass ich das verplant habe habe ich Kann das nur Lorenz Zimmer sein. Ich mag den Typen einfach absolut nicht. Weil die ein schönes Gespräch noch mit Dimitri gehabt hätte und weil Marianne super ist. Die hätte ich ganz gerne auch gehabt. Ich hätte sehr gerne mehr über sie erfahren. Aber ja. Da ist der ohne Rilex. Das ist halt zum späteren Zeitpunkt mit Marianne. Und ich habe schon wieder zu viel Schwarz an Stahl. Brigidia. Na, bringt Geld. Sehr gut. Batsch! Scharren fehl ist. Diese Katzen-Namen. Katzen-Namen sind super. Tue ich ja auch. Halt nur nicht in den Hauptschlachten. Aber das kann ich wie gesagt noch bei den anderen Routen machen. Da werde ich die dann auch nutzen. Weil ich spiele ja schließlich die Blue-Lions-Route. Also nehme ich auch die Blue-Lions mit. Das ist einfach. Aber wenn man so die anderen Level guckt, da ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Sind alle so im Level 50er Bereich. Ich bin Level 60, aber das ist was anderes. Die anderen so zwischen 40 und 50. Ja, das kann ein Problem sein. Ich frage mich auch noch, wie das hier am Ende dann aussehen wird, wenn ich die anderen Routen mache. Aber da muss ich durch. Und falls sie dann zu schwach sind und ich kann sie nicht mehr retten, dann habe ich ja die Reserve. Wie ganz helles. Die Lage bessert sich. Lecky mit ihr beste Sauce. es hat sich vor der woche noch anders angehört da sind zwei gut jetzt sagst du das keiner gut ich habe von einem vergangenen gesagt dass keiner gut es ist Oh, ich hab letztes Mal ein Video geguckt, da wurde nämlich Skada der bestaussehendsten Charaktere, also da wurde so der bestaussehendsten aussehen von Charakteren, von allen Fire Emblemen, also von allen Three Houses Charakteren, also den Main Charakteren, nee, allen Charakteren, genau. Und als ich es schon so gesehen habe, wie das so seinen Verlauf nimmt, wusste ich schon, jo, der macht Dorothea auf 1. Und ja, Dorothea nach dem Krieg war auf 1. Ne, ich denke mir so, nein, auf keinen Fall. Die Charaktere, die ich so auf die 10 Plätze getan hätte, hat der allein halt nicht auf den Plätzen gehabt, wo ich mir so denke, das ist, da läuft noch was falsch. Okay. Vielen Dank. von three houses nur von three houses hat er das gemacht auch männer also vorm krieg und nach dem krieg männer und frauen ja Sooo Das ist ein ganzer. Das ist ein Schwert. Nur Bullshit. Nur Bullshit. So Türschlüssel. Warte, 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 warte. So, die Spannung steigt. Das ist deine? Okay, vor oder nach dem Krieg, das musst du auch schreiben, das wurde auch noch mal. Ich geh mal einen Kotzen, vor dem Krieg, okay, alle vor dem Krieg. Geh du mal einen Kotzen, nein, nein. Soll ich dir sagen, auf welchem Platz er war? Hier, der Typ, der jetzt gerade vor mir steht. Ja, das ist korrekt. Ja, ich bin der Typ. 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 Warum ist eigentlich mein Bild so klein? Hoffentlich sind sie in der Festung sicher. Du verlierst doch nicht, oder? Ich verliere nie. Ich bin der Typ. Was? Was ist eigentlich eine Formalität? Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Da war ich auf die Geburt. Okay, ich bin der Typ. Das ist Mut. Und ich bin dann langsam. Ich bin der Typ. Das ist die letzte Schlacht, wird der Krieg wirklich vorüber sein. Was hat sie gesagt? Was ist denn NK? Klar. Also die Liste jetzt, Sordi. Das ist ein süßes Kram. Ach, nach dem Krieg. Okay. Mhm. Interessante Liste auf jeden Fall. Ja, hab ich gesehen. Fehlen nur noch 50 Stunden, dann hast du die 2000. Jetzt musst du dich ranhalten. Ach, heute ist ja der erste März. Ich wollte gerade sagen, das musst du noch im Februar schaffen, aber der ist ja gestern nicht. Das hätte ich gewesen. Alles wird gut. Hoffe ich. Tja, Sordi, jetzt bist du in der Brozone. Brozone. Was ist das? 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 Anni, wo du gerade hier bist? Ich habe so das Gefühl, dass das deine Austauschstudenten sind. Könnte das sein? More, more, critical, hier nochmal critical, auch noch critical. Das sieht mir nämlich verdammt danach aus. Icon verbessert, uh. Da. Das ist Happy hochgeladen, okay. Vielleicht sind das ja ältere Sachen von dir. Weil wenn ich das, wenn ich so die Werte angucke, dann äh ja. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Das jetzt ist so falsch. Das hört sich so falsch an. Dann ist das so. War es, dass sich das falsch anhört? Oder dass Anni der beste Magrista ist? Okay. Gleich gestiegen. Das sieht man gerne. Ja. Einmal mehr Dampf. Dann. Dann. So. Jetzt stellen wir uns das Ganze mal vor, wie es in einer richtigen Sauna wäre und wie sie jetzt richtig da gesessen hätten. Dann haben sie sich schon mal schön vorbereitet auf ihre Zukunft. Eine Schlacht folgt der anderen. Die vergesse ich immer wieder. Ja. 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 So. Ultraschwertkunsturnier. Vorhin der Level, 40 oder höher. Easy. Was hättest du vorher machen sollen? Was hättest du vorher? 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 So, hier war ich noch nicht. Ab jetzt werde ich... Oh Gott. Ah ja. Ist der Saal kleiner geworden? Boah, Delia Money. Die Name. Super. Soldatin und was war das? Ritter des Königreichs. Die Zehn auf dich. Nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht. Ach, Huber, das ist ein Scheiß. Das ist ein überheblicher Trottel. Bald werden wir diesen Krieg beenden. Alles wird gut. Der Kanal von Acht. 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 Natürlich denke ich an so. Schau dir jetzt. Klar. Der Kanal von Acht. Jetzt sei nicht so enttäuscht. Alles wird gut. Ich wollte schon sagen, was macht denn der Drache hier? Dabei war ja das nur ein Weiben. Bitte, Tom. Hahaha. Jetzt kehre sie gleich im Leben nicht zurück. Für Leihgaben, du kannst mich mal. Oh, Ingrid. Es ist wichtig ab und zu mal zur Ruhe zu kommen, gerade weil die Zeiten so sind, wie sie sind. Aber wie schafft man das? Führe freundliche Konversationen. Du kannst verschiedene Restaurants ausprobieren. Du solltest genügend schlafen. Die ist so ein Viehfras. Ich bete für euch und Göttin möge euch beschützen. Dann Chorfestival. Uh. Das ist gut. Die Wandel zwischenwieberein wurde enorm gefestigt. Die drei haben viele Glaubenserfahrungspunkte erhalten und Autoritätserfahrung. Uh. Nur noch 19 Erfahrungen für Glaube. Ja. 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 Grace. Euch ist dann outras gerne, weil es健 puljenden Hmm� München ist zweitlich. G拜拜. Entschuldigung, das heißt, Jungen Sie Meter haben schon genauso vermute sich, Farbes Satz Number 3 lasst das die wραht. Jauber an dich. Äh, bevor ich mit dir rede, Dimitri. Deputation. Verteidigung, Resistenz, Stärke und Geschwindigkeit, Glück und Scham. Na ja, egal. Der Schauplatz unserer nächsten Schlacht. Der Schauplatz. 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 Also für mich ist da mehr als nur so eine einfache Schülermeisterbeziehung. Zumindest sehe ich da mehr eine solche Rückkehr. Ich will das Recht des Reichs. Ich will das Recht des Reichs. Ich will das Recht des Reichs. Bitte kümmert euch um die große Reha. Endlich naht das Ende. So wie die Dinge laufen. Die Gehä. Diese Reha sind noch ziemlich schwerer. Ich habe dir einen solchen Frequenz. Ich habe die Freunde von uns, und Stattdosen und Regen. Ich habe ihre Vorstellungen geschossen. Ich habe eine Waffe. Das ist der Moment für mich. Aber wie war es? Ich habe es sich vom Ende dabei. Ich habe es momentan. Seine Reha. Was ist denn wichtig? Ich möchte was allen。」 Ah, sorry, ich hab mir schon König gekreit. Der Krieg nähert sich dem Ende, so bedauerlich. Er hat mir schon einen Schuss geschenkt, aber sie müssen ihn nicht zu sagen. Remember dass ich es nicht zufrieden will, aber sie müssen zu kielen. Er hat sich nicht zufrieden, dass sie ihn nicht zufrieden sind. Er hat sich nicht zufrieden, aber sie müssen die Menschen überwachen. Das ist also ein Mensch, die Menschen nicht zufrieden. Und das ist, wenn sie nicht zufrieden sind. Ist das so bedauerlich? Echt? 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 Na ja, sie ist ein Drache. Sie sollte es spüren können. Gut, dann Speisesaal. Erstmal Spezialität des Tages. Ja, gut. Ich würde sagen, dann nehme ich einfach mal euch zwei. Das ist ein Lieblingsbuch. Wenn du jemanden von euch fragst. Wenn du was, dann kommt es in die Liebe. Okay, dann gehen wir mit einem Kampf. Sooo Um, 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 um. Um, 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 um Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Leonie und Alois, da war's. Zack und zack. So, dann die zwei. Zwei sind auch perfekt. Tja, woher wusste ich das? Ja, gut. Und die zwei noch? Die zwei an einem Tisch. Äh? Ach ja. Die zwei. Wen habe ich denn jetzt noch? Ähm. Die drei, okay. Die zwei und die zwei. Dann würde ich noch Flyin und Zesek machen. Die drei, okay. So, jetzt muss ich nur die anderen suchen. Ähm. Die drei, okay. Die drei, okay. Und da bin ich ja schon wieder überfragt. Äh. Schamir. Verbogen Wurfwaffen wetten ihr Gehalt. Geht. Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal das. So, dann haben wir Seriel hier oben. Geht. Ich weiß nicht. Geht. Nee. Geht. 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 ich zwar auf jeden fall nicht vergessen dann kriegst du ein kaffeebohne und ein ceremoniales schwert ich habe ich noch nicht ist er mir denn durch die lappen gegangen ach da vorne habe ich den tatsächlich ignoriert es ist ein kaffeebohne Das ist ein Leben lang. ganz bestimmt trainingsgewicht gut jetzt müsste ich aber alle haben eben noch mal zum marktplatz habe ich nämlich nur noch neun stück von sollte ich vielleicht ein paar mehr von haben so dann persönliches quartier und speichern letzten kämpfe und 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 sehr gut und jetzt noch fliegen okay jetzt können wir uns auf reiten spezialisieren was noch in getreiten wahrscheinlich nicht zwei stück habe ich jetzt noch ein Beak Beak Cheat Was Was Ziele Ziele sieht auch gut aus sieht Stärke und Vernunft sieht auch gut aus ist auch ist mir egal das ist okay ist auch okay gut Gruppenaufgabe äh es ist an der Zeit dass du mir einen Spitznamen verleihst was muss ein Kerl wie ich tun um sich einen Spitznamen zu verdienen manuela meine liebe was magst du denn so schönes na wendeltee äh 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 shit was drauf äh 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 b plus äh blitz axt uuuh äh äh das war's äh äh Ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie schlecht sind. Haben wir Examen? Nein. Faito! Kampf in Aiel. Teil der Schmerzen. Soforthin. Soforthin.